Hast du einen Schlaf vom Anruf gehört? Äh, ja, sie haben auf Rockson-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Was? Nicht du, meine Katze. Sie haben dich doch direkt woher ziehen wollen, oder? Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Das wollen wir bei einem Umspannwerk. Da ist mein Eingang. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Sie schießen auf Transformator. Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Sehe ich aus wie ein Elektriker? Schieß weiter, schneid die Drähte durch und mach mal hin. Befehlst du oder was wir dir schenken? Sicher, dass das die Grenzen vorklammlegt? Ziemlich sicher. Hey, wenn wir mehr als Einen nachlegen, dann wird das Ding kommen nur noch mehr. Ich war noch nie, weil so eine Krieg dabei. Weil du immer nur Kleinfragen gemacht hast. Ein Job wie dieser hier ist eine langfristige Sache. Das gibt blaue Flecke. Ich hoffe, der Krabbler kommt nicht. Der stinkt vielleicht. Ebel. Eine große Nummer, ich bin hier weg. Hau uns im Wasser an! Da gibt's Spider-Man! Habt ihr Teors Bodega ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Das klingt ja so gut, oder? Der Boss hat doch gesagt, wir werden dich erwischt! Oh Mann, dieser Job ist es echt nicht wert! Jetzt gibt's Drescher, Kleiner! Die Station liefert nur noch 64 Prozent. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Gute Idee mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Teos Katze finden. Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzug, Schatz. Ich komme, Spider-Man! Halt durch! Spider-Man! Warte! Ich glaube, ich weiß, was Sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay, Konzentration. Ein weiterer Sieg für Spider-Man. Der Boss könnte doch überarbeiten. Warum untergekehrt? Zieh dich um. Harlem versinkt im Chaos. Der Boss erkennt eine Chance, wenn er sie sieht. Wie hast du den Job gekriegt? Ich hab schon mal dahin gearbeitet. Das war's. Du Freund von einem Freund. Ich dachte, ein Traumwirt war, als es geklappt hat. Wer weiß, wie man Sachen anfängt? Auf jeden Fall. Erinnere mich dran, diesem Mann einen Job für ihn in Brooklyn zu erzählen, als er gerade erst angefangen hatte. Wird dir gefallen. Hey, was war das? Oh, verdammt! Das sind Pätze! Die Spinne ist... Das ist nicht gut! Okay, wer hat Spider-Man hergeführt? Derek? Oh, garantiert war das Derek. Misch dich bloß nicht ein, du Ratzlöffel! Die wurden offenbar angeheuert. Hast du ne Idee... Äh... Ähm... Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wieder herzustellen. Mach ich. Mann! Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Hast du den Notstrom angemacht? Nein, du? Nee, vielleicht einer der Arbeiter hier. Halt die Augen offen. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Strom ist doch aus. Warum machen wir noch weiter? Um ganz sicher zu gehen. Mit dem willst du es dir nicht verscherzen. Äh... Nein. Das stimmt. Ich wusste, ich schaff das. Irgendwann komm ich noch mal groß raus. Ich hab Ehrgeiz. Damit hast du nicht gerechnet. Diese Stadt ist ein Müllhaufen. Aber sie ist mein Müllhaufen. Ja. Schlafenszeit. Irgendwie wird's jeden Winter kälter. Ich hab was gehört. Hey! Spider-Man ist bei uns! Ich brauch Verstärkung! Nicht ein Glückstag heute. Sorry. Ich muss die Backup-Systeme finden. Okay. Ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden. Und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Fisk, ihr werdet schon sehen. Was darf denn? Ah ja, klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber sind die alle fertig? Nicht alle. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde hab ich nicht. Noch nicht. Immer optimistisch. Ach, warum muss es denn immer so kalt sein? Hörst du das? Du bist der Räne. Ach so, verdammt. Ach, was soll's. Hauen wir auf den Putz. Hörst du dich! Hörst du dich! Lali, lass dich auf! Malte, das war's. Hörst du dich! Hörst du dich! Hörst du dich! Weiter mit dem Schalter. Die Verbindung steht Der Strom ist umgeleitet Jetzt den Schalter umlegen Es werde... Was war das für ein Geräusch? Spiderman? Du kriegst sie nicht Weißt du nicht, wie wichtig der Kränen-Lärmprozess ist? Ich schlag dir den Schalter ein Sagt mir, wer den Überfall geplant hat Und gebt mir die Katze Dann lasse ich euch gehen Oh nein! Lasst sie nicht entkommen! Das wird nicht gut Im Ernst, sagt mir einfach, wer euer Boss ist Ich krieg's eh irgendwann raus Ha! Rauscht du, wir haben Angst vor dir? Er ist zehnmal schlimmer Du bist tot Schlechter Tag, um sich mit uns anzubauen Was soll das heißen, ihr ist schlimmer? Ich wünsch grad den Boden mit euch Du tötest niemanden Ihr macht uns fertig Auf zum Schalter Jetzt aber wirklich Verschwinden wir hier, Spiderman Hey Mann! Strom läuft wieder Banküberfall gestoppt Spiderman-Katze gerettet Ein ganz normaler Tag Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSN-App Vielleicht kriegen wir ja Hinweise, wer die sind Ich melde mich Hey, Theo! Ich hab ne Überraschung Ach ja? Was denn? Oh! Spiderman! Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht Oh, ja, hat er Oh, ja, hat er Ähm, gut gemacht, andere Spiderman Danke Ja Klar Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzen die bearbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord Ich poste alle neuen Infos in der App Cool, danke Mann Oh, das Kätzchen Oh, das Kätzchen Oh, das Kätzchen